Was machst du denn da? Dich zurückerobern. Entschuldigen Sie, ich bin Marianna Leszek. Wo ist denn meine Mutter? Nein. Jürgen, warum sind Sie hier? Weil ich auch einmal das letzte Wort haben will. Haben Sie nicht was mit mehr Grip? Papa, ich bin's. Ja. Deine Tochter, ich bin deine Tochter. Ja, ja, jetzt ist ja schon gut. So, Frau Leszek, meine Schicht ist jetzt zu Ende. Schön war's mit Ihnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Schwester haben. Solange sie nicht kommt, habe ich auch keine. Du willst, dass ich hier bin, nicht ich? Ich zahl für nichts, was ich nicht will. Aber so geht das aber nicht. Ich mache wirklich alles. Aber ich will dich pflegen. Aber ich will nicht von dir gepflegt werden. Komm jetzt mit. Komm einfach mit mir mit, hm? Das macht man nicht. Man sorgt doch für den anderen. Ich kann nicht. Ich kann die Dinge, die ich meiner Mutter sagen wollte, nicht mehr sagen. Ich kann die Dinge, nicht mehr sagen, nicht mehr sagen, nicht mehr sagen, nicht mehr sagen. Weiter geht's.